Wenn ich das jetzt als Schulden habe, das schaffe ich nie wieder in meinem Leben. Dann ist mein Leben geprägt, dass ich einfach in Schulden bin. Und wir hatten dann überlegt. Also dann noch ein, zwei Jahre später, dieser Stromproduzent war eben Teil unserer Firma. Wir haben einfach gemerkt, okay, zum einen, wir müssen weiter wachsen, wir brauchen noch mehr Mittel. Zum anderen, die Firma bremst uns wirklich aus durch diese Entscheidungsprozesse, die wirklich immer Wochen gedauert haben. Und auch man hat gemerkt, dann kamen politische Sachen rein oder auch vielleicht mal das Ego der Personen, die dann besonders sich darstellen wollten. Es kam einfach eine andere Dynamik rein. Es waren nicht mehr diese jungen, enthusiastischen Studenten, sondern da kam jetzt wirklich die normale Businesswelt bei uns rein. Mit dem Risiko, zum einen von der Finanzseite, aber auch mit den Schwierigkeiten, die im normalen, großen Business einfach doch bekannt sind. Wir haben dann einfach überlegt, wie geht es weiter? Können wir weiteres Geld aufnehmen? Können wir wirklich das Risiko, auch wollen wir das tragen, privat? Wenn man eine bestimmte Summe verliert, die kann man als junger Mensch dann im Leben wieder aufholen. Aber es kommt dann noch irgendwo eine Schwelle, wo man sagt, wenn ich das jetzt als Schulden habe, das schaffe ich nie wieder in meinem Leben. Dann ist mein Leben geprägt, dass ich einfach in Schulden bin. Und wir hatten dann überlegt, das war ja der Internet-Boom. Es wurde von großen Firmen angefangen, kleine Firmen aufzukaufen, um einfach weiter zu wachsen und in dem Boom teilzunehmen. Und wir haben uns einfach überlegt und entschlossen dazu, wir wollen die Firma verkaufen. Wir haben auch sehr schnell jemanden gefunden. Eigentlich in der gleichen Woche bekommen wir einen Anruf, habt ihr euch nicht mal überlegt, die Firma zu verkaufen. Ja, haben wir dann auch gemacht. Ging relativ schnell, innerhalb von wenigen Monaten. Also die große Firma ist dann zu uns reingekommen, hat uns untersucht, genau was sind die Produkte, wie erfolgreich sind die, was ist der Cashflow, wie viele Gewinne fallen an etc. Wir wurden dann übernommen und dann schrittweise mit anderen vier Firmen zusammengeführt, sodass wir relativ schnell noch weiter gewachsen sind. Wir selber von unserer Firma sind in der Management-Ebene geblieben, weil wir doch durch unseren speziellen Mix von den Eigentümern wohl die erfolgreichste waren. Es war wohl so, dass alle Firmen, die sie aufgekauft haben, von Technik-Liebhabern gegründet worden sind. Aber zwei Kollegen von mir, die haben sich doch immer sehr auf Marketing und Verkauf konzentriert. Das war so den E-Fable. Und das war auch ein Teil unseres Gewinns, dass wir jemanden in der Firma hatten, der sich auf diese Richtung konzentriert hat. Ich kenne es von vielen anderen Firmen, man macht sein Hobby zum Beruf, aber diese Komponenten, Marketing, Finances, also Finanzen und Verkauf, Vertrieb, die fehlen dann oft, sodass dann es immer an einer gewissen Ebene stecken bleibt. Aber jetzt kommt eben die Erfahrung, wir sind auf einmal von heute auf morgen, innerhalb von wenigen Minuten, wenigen Monaten, sind wir auf einmal von der Firma 20 Personen gewachsen, auf 60, 250, am Schluss haben wir 250 Angestellte in der Firma, auch über Deutschland verteilt. Es wurde eine Struktur geschaffen, die man eben aus großen Firmen kennt, von den normalen Angestellten zu dem unteren Management, oberen Management, dann Entscheidungsebene. Auf einmal innerhalb von wenigen Monaten kam diese Entscheidungsebene, die uns vorher ausgebremst hat, kam eben da hinein. Es kam auch ein Element mit rein, das sehr mit Angst gearbeitet hat. Also es ist ja oft so, dass in, also es ist meine Erfahrung oder was ich glaube zu sehen, oft, dass eben in solchen großen Firmen mit Angst gearbeitet wird, es wird ja, wie ist die Bewertung am Ende des Jahres oder der Chef, der hat das Sagen und versucht seine Mitarbeiter da zu motivieren, was aber oft wenig, wenn wirklich Motivation ist und eher, wenn du nicht erfolgreich bist, dann hast du einen negativen Erfolg, hast du eine negative Konsequenz. Und alle fünf Firmen waren eben solche enthusiastischen Studenten, die aus dem Herzblut heraus da was angefangen haben, ihr Hobby eigentlich in ihre Arbeit umgewandelt haben, in ihr Lebensunterhalt. Auch die meisten Angestellten hat sich automatisch ergeben, sind einfach Technikliebhaber gewesen, die eh zu Hause schon am Computer gearbeitet haben und programmiert haben und das dann natürlich in etwas, wenn man dann etwas teilen haben kann, was in der wirklichen Welt auch wirklich dann umgesetzt wird, das ist natürlich, das macht Spaß, das ist, das motiviert. Wir hatten auch die Erfahrung, dass die Mitarbeiter, die sind dann abends nach zehn, zwölf Stunden Arbeit nach Hause gegangen und dann hat man sie aber da wieder online gesehen, haben sie gerade weitergemacht, weil es einfach Spaß gemacht hat. Das ist das Hobby einfach in die Realität umgesetzt. Aber jetzt kommt eben dieser Faktor hinein, diese Hierarchie. Andere Leute treffen auf einmal die Entscheidung, die mit dem, was man als Techniker oder als Teil der Firma einfach weiß, gar nichts mehr richtig zu tun hat. Es werden auf einmal Entscheidungen getroffen, die gar keinen Sinn machen oder die man vielleicht auch nicht versteht, die man aber auch nicht erklärt bekommt. Und dieser ganze Enthusiasmus, die ganze Energie, der ganze Spaß ist auf einmal verloren gegangen. Alle waren frustriert. Viele haben dann auch angefangen zu kündigen und auch zu anderen Firmen zu gehen oder haben wieder was Kleines angefangen. Und das war auch ein Schlüsselmoment für mich. Wir mussten durch den Verkauf zwei Jahre drin bleiben, aber sobald der erste Tag war, wo wir kündigen konnten, alle drei aus meiner jungen Firma, wir haben alle drei am gleichen Tag gekündigt. Das hat uns einfach jeder ein bisschen aus einer verschiedenen Sichtweise. Für mich war einfach klar, ich wollte was anderes machen. Der Grund, warum ich eigentlich damals die Firma mit angefangen habe, ein Grund war, dass ich frei sein wollte, dass ich eben nicht in diesen Zwängen von einer großen Firma sein wollte. Und genau das ist dann am Schluss passiert. Und ich habe mir auch überlegt, in dem Moment hatte ich gedacht, ich will das alles an den Haken hängen. Ich will damit aufhören, ich will einfach komplett neu anfangen. Und bin dann nach Indien gegangen. Für jetzt zehn Jahre war ich in Indien und habe damals die Idee gehabt, ich will einfach Erleuchtung finden. War im Nachhinein nicht naiv, aber ich wusste nicht genau, was ich wirklich gesucht habe. Heute kann ich sagen, dass ich wieder zurückkomme, durchaus in die Businesswelt, in die Geschäftswelt, aber jetzt einen anderen Aspekt mitbringen kann. Eben das, was mich damals an den Firmen gestört hat, an diesen Strukturen, an diesen Zwängen, an diesen Ängsten, die dort geherrscht haben. Dass ich jetzt sehe, man kann etwas zurückbringen, dass es funktioniert auch anders. Dieser Enthusiasmus, den wir in den kleinen Firmen hatten, diese Natürlichkeit, diese Ehrlichkeit, kann auch in größere Firmen gebracht werden, kann auch in das generelle Leben gebracht werden. Und den Erfolg, den wir als kleine Firma haben, den kann man eben auch in einer großen Firma haben oder natürlich auch im privaten Leben, im privaten Bereich. Der Untertitelung des ZDF, 2020